Wie ist deine Stimmung? Worauf hast du heute Lust? Wie länge ich dich ab von dem, was du noch machen musst? Wollte schnell bei dir sein und dann hab ich mich beeilt Ich hab weniger Hunger, hab bis heute voll verpeilt Du bist heute echt heiß Wo ist dein Kühlschrank? Deine Bude ist echt nice Hast du nix im Kühlschrank? Das zu dir ist echt nice Du hast nix im Kühlschrank Ich freu' jetzt eine neue Zeit Gehst du mit mir? Gehst du mit mir? Gehen wir nach draußen, suchen wir uns ein Snack Hast du einen Faket? Ich will nicht so weit weg Du weißt leider nicht genau Du bist schon voll am Kühlschrank Ich brauch eine Lösung Ich muss meinen Hunger stehlen Du bist heute echt heiß Wo ist dein Kühlschrank? Deine Bude ist echt nice Leider nix im Kühlschrank Das zu dir ist echt leid Du hast nix im Kühlschrank Du hast nix im Kühlschrank Ich brauch jetzt eine Mahlzeit Gehst du mit mir essen? 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 Was für dein Faket? Was für dein Faket? Was für dein Faket? Das zu dir ist echt leid Du hast nix im Kühlschrank Ich brauch jetzt eine Mahlzeit Ich warte alles nur los Gehst du mit mir eins im Kühlschrank 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 Du bist heute echt heiß Wo ist dein Kildschirm? Deine Bruder ist echt nett Leider nix im Kühlschrank Das tut dir jetzt echt leid Du hast nix im Kühlschrank Ich brauch jetzt eine Mahlzeit Willst du mit mir essen?